Und man kann sich ducken und ducken, ducken. Soll immer normal schleichen, aber ducken. Das muss jetzt genau am besten von uns sein. Vor uns Gegner. Hallo und willkommen zurück. Wir sind auf dem Weg zum Rattennest. Tot. Links ist auch noch einer. Tot. Ich habe einmal abgedrückt. Der anderen sehe ich nicht. Waren wir hier nicht schon mal? Wir waren hier glaube ich schon überall. Ich glaube wir waren hier überall. Genau das wollte ich auch gerade sagen. Gegner rechts, kommt. Wir sind am Haus jetzt. Müsste gefallen sein. Müsste gefallen sein. Ja, liegt. Müsste ich nicht mehr. Also es müsste hier das Haus sein. Da müsste Laptop dran sein. Ich habe einen Dorki. Ich habe einen Dorki. Was du bist horny? Ich habe einen Dorki für die SKL. Ich habe einen Dorki für die SKL. Oh, der hat den immer getrinken bei. Finde ich gut. Ne, trinken will ich nicht. Essen will ich. Ich habe die Toilette gefunden. Wow. Also hier gibt es Westenbrünnen und einen Helm. Wo ist der Laptop? Ich habe einen Helm gefunden. Ah, hier. Das ist kein Laptop, das ist ein Notizbrunnen. Wo war das? Äh. Bedenke, dass es aber auch, äh, sagen wir hier Dings gibt, ne? Äh. Ja, Dirk. Lassen. Also du musst gucken, welche Rüstungsstufe oder so. Also. So habt ihr alle euer, äh, äh, wo dran will. Rüstungsstufe. Du musst sie inspizieren. Ja. Und dann hast du da entweder 2i oder und ein a oder 3i und ein plus. 2i, a plus. Ja. Chap 3i, a. Es gibt mittlerweile, also eigentlich, das was wir sonst immer haben, ist eigentlich so ein Dreier. Ja, die kannst du auch eigentlich kaufen. Wir müssen jetzt einmal 3i über. Das ist 3i über. Also ist der 3i besser. Mhm. Ja, also 3i plus ist das Beste, was du momentan trinkst. Okay. Ich hab jetzt einen an, der ist, äh, 2i plus. Ja. Nicht das stärkste, aber in der Nähe. Ich bin 3i. 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 Da hab ich schon mal kein Design. So ist das so theoretisch? Wo seid ihr gerade hin? Ja, von ihr wurde auf mich geschossen. Ich weiß nicht, wo ihr hin wollt. Das ist ja die Frage. Du bist einmal querüber. Warum querüber? Wieder zurück da, wo wir eben das Handy hergeholt hatten. okay geil der ist im gebäude hinter uns ich stehe jetzt hier auf der straße ich habe kassen der rest also entweder laufen wir jetzt die straße wieder zurück dass wir jetzt nicht durch die ganze stadt reden müssen genau entweder das oder wir laufen einmal quer über das problem ist halt mit den ganzen bots jetzt wieder du glaubst du dich dass julian das überlebt richtig okay ich suche eine brille also ich würde jetzt außenrum gehen da scheint jetzt wieder wie du möchtest mir ist es egal ihr könnt auch durch die stadt gehen sei denn über den hügel laufen ok muss ich aus dem busch raus ich sehe nix ist kein busch das ist mais aber wenn du nichts sie sehen die dich auch nicht aber noch die sehen dich sehen alles das ist ja das blöde bei den bots halt die tankstelle ist ja ich weiß nicht solcher mit der ak reingehen oder mit der sks die sks die frage wollte die jetzt klären oder wollte einfach dran vorbei dann vorbei funktioniert nicht ich bin eben auch nur dran vorbei gegangen und wurde angeschossen und bin dabei gestorben aber ich habe aus zu sehen geschossen scheiße ich bin jetzt direkt an der tankstelle an so einer wand direkt am eingang müssten jetzt vier stück gewesen sein 1 2 ja hier links hier und da ist es ks wir hatten eine granate er hatte nur einen mp aber der hat es so da dabei für den level der hatte aqua, brauchschneckson, was solltet ihr denn der hier auf der straße liegt, der hat wasser fallen lassen, noch mehr ratter, aber ich hab noch keine brille gefunden ich hab ein toster, oh cool hier müssen wir jetzt einfach nur weiter hier runter laufen dann wieder rechts straße rein, na da stehen auch noch gegner, da wollen wir jetzt nicht reden links bei uns sind gegner ja, da hab ich gesehen ja, roger, wo, da oben am gebäude, an dem baum steht einer da zweite steht, war ungefähr wo die Tür ist aber auf die SKS kann ich ein Visier drauf machen mhm, momentan glaub ich nicht ich probier's gleich einfach aus so, gehen wir schon weiter, ich muss trinken mhm lauf da nicht so nah lang, das sind auch die nächsten gegner glaub ich seh die zumindest schießt einer ja, ich weiß auch nicht warum ich hab einen Headshot gegeben aber wir müssen auch eine Straße weiter oder nicht? nee, wir müssen hier hoch schlafen wir direkt hinter den Hängern ob wir jetzt hier oder außen rum gehen, ist eigentlich egal ich steckst jetzt von meiner Acker aber Kim und Korn kann man auf jeder Waffe machen oder wie? du, mein Korn ist automatisch, ist ja der Standard, ne? er hat ne Brille an und wieder einer tot Gegner vor uns tot gegen rechts au 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 von vorne wieder welche? ich weiß nicht, tut mir leid ich hab gut Kugel gefressen gerade tot hier um die Ecke ist einander Muni wird langsam knopp, ey hier jetzt können wir mehr hier ist nix schnapp nach seh nix ich bin fu für uns tot noch einer tot ich kann nicht mehr schießen ich muss nachfragen tot ich werd getroffen hier 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 auch nix ich ich auch nix der liegt der liegt der liegt alles gut knapp, der liegt ganz geradeaus steht einer wenn der uns noch nicht bemerkt hat, dann lass uns stehen ich weiß nicht ob der uns noch nicht bemerkt hat nein der doch der kommt gelaufen jetzt doch der kommt gelaufen jetzt oder? schießt einer auf mich au ich geh hier über das gebiet, hier ist noch nicht niengegner komisch recken nicht, ne? auf welchen fies, ja? ich bin leer auf mich tot aber da waren zwei sind beide tot ok weißt du mal, wo ich hin muss, dass du da eins haust weißt du mal, wo ich hin muss, dass du da eins haust ja muss links rüber, ne? ich warte hier auf euch ich geh da nicht allein drauf ich bin da SKS ok, aber ich hab einen SKS in der Hand, aber keinen Bock zu sterben ähm, drei drauf, auf'n Gottstück also irgendeiner ist nur weit hinter uns bin ich ja, ist der Loot-König so, ich brauchte noch mal zu trinken also vor uns sind auf jeden Fall auch noch Gegner, ne? Straße hoch ich glaub' die haben wir alle rausgelockt, die hier waren ich glaub' die haben wir alle rausgelockt, die hier waren ich brauch' noch ich brauch' noch ratives intel from the die Treppe hoch, Julian ich hab' das Handy doch ich brauch' noch das oberste und das vorletzte ja, das ist, wenn du das zurückbringst also wir müssen jetzt zurück wir müssen jetzt zurück wir müssen jetzt zurück dann will ich jetzt zu Charlie 2 gehen das zieht durch das zieht durch hier ist nix soll ich n' Heli schon bestellen, oder? na, wir sind noch zu weit weg ich sehe alles doppelt echt? mhm das übersorgt so hast du schon wieder Schmerzen? mhm, zu viel Blut verloren ja, zwei mal getroffen worden ich hab' noch Blutpacks ja, das Blut regeneriert sich von alleine wir sind ja auf dem Rückzug du musst das essen und 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 Hast du Wurden mittlerweile nicht bestellt? Nee. Muss eh coachieren, dann mach ich das schon. Eine Minute haben wir noch. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht gut fühle. Raven reporting, on my way. EGA, one minute. Raven here, I'm moving out. EGA, three zero seconds. Und ist Heli da? Kommt gerade. Ich würde den Geisteskranken nehmen, der da kommt. Ich hoffe, ich werde den Geisteskranken wieder sterben. Auf die Sitze. So, ich habe zwei Missionen geschafft. Ich habe zwei Missionen geschafft. Wir hatten heute extreme technische Schwierigkeiten. Wir haben es trotzdem geschafft. Von daher haben wir heute nicht viele Missionen geschafft. Ich glaube, es waren drei oder vier nur. Oh, okay. Okay. Ja, wir sind da. Ich gehe direkt wieder in mein Büro. Dein Kakaos ist dein neuestes Büro, oder wie? Ja, ist mein Büro, jetzt ist Kakaos. Ich muss mal alle neuen Quests haben. Was sind eigentlich diese Fragezeichen, die man bekommen kann? Fragezeichen? Weiß ich nicht. Soll immer neue Quests für Guni kommen? Soll ich nicht. Soll ich nicht. Soll ich nicht. Soll ich nicht. So, ttttttt. Dann habe ich noch ein Magazin zu verkloppen. Alles klar. Oh, den nächsten 300 verdient. So. Nice. Dann bringe ich noch die Tasks zurück. Ich habe jetzt 17.000 mittlerweile. Sehr schön. Jetzt haben wir den Task Helping Hand. Okay. Hey. okay wir müssen ein koffer holen und erwarte danke, RenderRedHigh09 und ja, ich weiß etwas wie das, aber trotzdem, danke, es ist nur, ich sage, ich mache es, ich mache es, ich mache es, es ist immer so, und ja, ich weiß, es ist ein bisschen stupide, aber ja so, also ich habe wieder ein neues Shirt bekommen ein Gloss und neue Hosen yeah everyone does it like he has, is used to do it so, machen wir noch was naja ich bin schon wieder gestorben ich bin voll idiot ja gut was bleibe ich hier noch, einfach auf dem Heli dann gerade stehen naja ich bin voll doof ja weiß ich also ich habe jetzt 40.000 ich bin voll raus ja ich bin voll Tschüss Zuschauen, tschüss.